Hey Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück zu Rexboon, der Levelreihe von Ben und mir. Hallo Ben. Guten Tag. Guten Tag, Herr Ben. Wir befinden uns in Desoless auf dem Knochen-Kodo-Friedhof. Knochen gesagt. Knochen-Kodo-Friedhof, ja. Knochen-Knochen-Knochen-Knochen. Irgendwann hier wäre noch ein Knochen-Dings gewesen. Oh, ich weiß. Oh, Null. Sieben habe ich. Wie viel hast du? Sechs. Ben hat sechs. Leider nicht. Und eben ist wurde voll runtergezogen. Oh, Geister-Kodo. Töne ihn. Bin dabei. Ameno. Wir machen in jeder EP singen wir Ameno. Nein, macht man nicht. Eigentlich müssten die uns sponsoren. Mit was habe ich denn Ameno sponsoren? Weiß nicht. Nehmen die nicht mehr, die Leute? Was willst du denn von denen haben? Geld. Ja, was sonst? Als die Überfrohse hatte keine Copyright-Probleme, deswegen kriegte ich das. Entwurzelte Peitscher getötet. Ah, ja, hier war ich schon mal. Ich erinnere mich. Wie es war gestern. Ja. Gestern. All meine Probleme sind so weit weg. Mir fehlt noch so ein Kodo-Knochen. Ach man. Das war ein Scheißgebiet, Muni. Nein, das ist schon gut, Huéris. Nein, das ist ja auch nicht gut, Huéris. Das ist schon gut, Huéris. Du brauchst nur Geduld, Padawan. Willst du nicht jetzt nach Stubborn Winds da nach unten? Wo willst du jetzt hin? Ich will jetzt nach Steifebrise nach links. Nach Westen. Ja. Yes. But. Yes. What are you doing over there? Ich genieße die Aussicht. Excuse me. Ich kann kein ausländisch, Muni. Äh, Entschuldigung, ich habe die Aussicht genossen. Okay. Warum ändert... Gerade sagt er mir noch an, da wo diese komischen Punkte in das nächste Gebiet rangehen. Da hat er mir gerade angezeigt, dass wir da hin sollen für das Questgebiet. Jetzt mache ich ihn wieder auf, jetzt ist es weiter oben. Was soll das denn? Warum wäre ich denn verarscht, während ich dabei bin? Man setzt das auf die Liste. Das kann doch nicht sein, dass sich einfach das Questgebiet ändert. Ach, warte mal. Verjüngende Donnerechse, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Guck mal, da können wir unsere Tränke draufwerfen. Ich schmeiße ihn mit Tränken. Oh, jetzt? Natürlich ihn. Na, ich glaube, mit dem D-Bug muss das drauf sein. Okay, vielleicht auch nicht. Vielleicht muss ich... den Egel... Nee, den Egel. Muss ich sagen, ich sei eine Leiche. Doch, du musst den Egel da, diesen Leech. Doch, du hast den so einen Parasit quasi eingepflanzt. Boah, das ist doch voll die creepy Quest, man. Hä, aber bei mir ist immer noch 0 von 10. Was nochmal? Da war so ein Wurm, der lieg ich neben den. Der lag bei mir zumindest jetzt gerade. Der Wurm liegt da, ja. Ja, und den kannst du looten. Nee, kann ich nicht. Ich habe einen gelootet gerade. Mann, ey. Den hast du nicht, du musst das nicht töten. Du musst den Dingens töten. Den Mob töten. Und dann den einfach looten, den Wurm. Nicht töten. Wer hat er lebt, muss ich ihn looten. Okay, lassen Sie erst mal hier die Staubsauger kaputt machen. Komm, muss man nicht mal irgendwie halbwegs Mechaniken spielen. Direkt überfreut mich am Leben. Ja. Ist so. Ist so, ne. Ich bin kein Mechaniker. Okay. Ich habe nicht. Wo bist du gerade am Heitscher töten, sagen wir? So, auf Le Map. Zählen für dich wenigstens die Sturmdinger. Ich glaube nicht. Oh, leil. Doch. Ich habe noch die letzten. Also du brauchst dich um nichts kümmern hier. Ich mache zwei. Ich töte auch dann einen. Ja, die habe ich hier. Kein Stress. I can do this for us. For the team. Oh, leil. Da töte ich das selber wirklich. Habe ich nicht gesagt, ich mache das jetzt. Nein, einen. Einen habe ich getötet, Muni. Sag mal, habe ich es nicht gesagt, ich mache das. Muni, ja, halt doch mal die Gosh jetzt einfach. Entspann dich doch mal einfach, Alter. Ich möchte einfach auch mal Dinge tun hier. Nein. Doch. Du möchtest keine Dinge tun hier. Nein. Okay. Wie viel von den verjüngten Larven hast du jetzt schon, sag mal? Sieben. Reicht jetzt? Nein, fünf habe ich. Ich habe null. Weil du es doofwissig festzumachen. Weil ich in der Zeit die andere Quest gemacht habe. Brauchen wir noch einen Peitscher? Ah, ja. Ding, 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 ding. So ein geiles Geräusch, Alter. Oh, das ist eine Gazelle. Omnomnom. Ich habe halt Angst, dass ich den Wurm automatisch töte durch meine ganzen AOE-Fähigkeiten. Ja, Alter, das ist so eine Scheiße, ey. Lass den Hammer halt weg, du Vogel. Ich muss den Hammer und die Weihe weglassen. Ja. Hau einfach zu den Parasit drauf, ich töte den Mob und du machst einfach nichts, Muni. Stell dich davon. Wo ist der Parasit? Kein Parasit da. Haha. Der kann zwei haben. You see this? Yes. Da. 1,10. Ich bin ganz nicht belootet. So geil wie die Urtürmer immer noch die gleichen Geräusche machen wie in Warcraft 3 damals. Muss ja auch so sein. Ja, ist voll nice. Wer ist es? Warum? Na, für mich kam jetzt da keiner raus. Obwohl ich auch mein Gebräu drauf gespritzt habe, Alter. Ich spritze jetzt mein Gebräu auf die Echse. Da kommt halt echt nur ein Wurm raus und du lootst mit dem jedes Mal weg. Hey, ist doch scheißegal, wir müssen noch eh, macht noch eh beides zusammen. Ja. Es war egal, wer die Quest zuerst für dich hat. Das war mit Fuchsi war das genau das gleiche. Ich weiß es noch. Nee, ich bin einfach zu schnell für dich, Muni. Ich weiß es noch ganz genau. Das ist genau dasselbe war hier mit dem Scheißern. Willst du da überall deinen Trank drauf machen oder was? Nee, du machst jetzt überall deinen Trank drauf. Ich bin doch fällig. Der hat halt Abklingzeit. Mach keine Aue. Ja, drei Sekunden. Warte, eine noch, eine noch, eine noch und let's fucking go. Ja, war natürlich cleverer zu machen. Okay, Glück gehabt. Eins? Ich dachte jetzt, du sprengst die Würmer weg mit deinem Ding. Nee. Hier vorne ist noch einer. Hier, Muni, hier, hier. Warte, hier ist auch noch einer. Wo ist er jetzt hin? Hier. Da hat sich noch einer versteckt unter den Leichen. Ich habe es genau gesehen. Wie viel Arsch? Vier. Wie vier erst? Ja. Ich bin eins schneller, Quester. Mhm. Dann wird mal da unten rauskommen. Das ist kein Feinmotoriker, ne? Nee. Das bin ich in der Tat nicht. Ich bin weder Mechaniker noch Motoriker, okay? Ich habe jetzt viele Autos am Hut. Halt, stopp! Nicht töten! Bordmischen! Okay, jetzt. Weißt schon, was ich hier tue, Muni. Keine Sorge. Hä? Wo ist er? Ah, da hinten! Am Schwanz! Am Kittenblitz-Kodoschwanz! Geil! Wo ist noch einer? Ja. Da sind nicht mehr viele da, glaube ich, Muni. Nee. Brauchen wir noch so einen Peitscher-Typo. Ja, so einen Peitscher-Spaß, die brauchen wir noch. Einen. Ja. Wir haben die ganz schön dezimiert hier. Yes. Have you... Du brauchst gar keinen Peitscher mehr. Have you den getrankt? Ich habe... Wegen habe ich getrankt. Den toten Kodo hier? Nicht, gell? Nö. Okay. Ich suche gerade noch so einen Peitscher, Fuzzi. Ja, suche mal einen Peitscher, ich suche noch Kodos. Ich brauche noch drei. Da sind ja volle Irwische in den Bäumen. Ich habe noch gar nicht aufgefallen. Irwische? Ach, die Nachtelfen, du. Die waren noch Bad Days in Warcraft 3. Ist doch, nö. Jetzt sind wir wesensvolle Pussis. Alle haben ihre Unsterblichkeit aufgegeben für Shit. Voll dumm, oder? Ja, Mann. Vielleicht rette den Planeten, ey. Gib meine Unsterblichkeit auf, ey. Ich glaube, dass da oben noch welche sein könnten. Ja. I'm goddamn right. Keine AOE-Fähigkeiten, Moony. Keine AOE-Fähigkeiten. Nein, nein, nein. Noch. Yes. Success. Yes, yes, yes. Success. Yes, yes. Yes, yes. Oh, solche Strong-Auto-Attacks, Alter. Heftiger Shit. Heftig. Oh, da ist der Letzte. Komm schon, da ist der Letzte. Pew. Oh, die spawnen voll schnell. Die sind schon alle wieder da von vorher. Yay. Are we done, 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 done? I'm done, 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 done. With everything. Sollen wir erst zu dem Außerhalb gehen? Ja. Zum Kodoman. Wobei, nee, lass erst durch die Base gehen. Macht ja keinen Sinn. Wir müssen auch eh dahin. Okay. Vielleicht haben wir da schon halt neue Quests wieder fertig machen. It's all about the Base. About the Base. No trouble. You get this? Mm-hmm. Boah, ich reite zwischen den Beinen durch. Haha. Sehen wir vor, du lausst. Und vor allem reitet dir was zwischen den Beinen durch. Ja, Alter. Wäre schon schön. Da kriegst du... Da kriegst du erstmal einen Schock. Wollte ich eigentlich... Ich werde was anderes kriegen, glaube ich. Ich hänge auf dem Baum fest. Ich hänge auf dem Baum fest. Ich bin geehrt. Ich bin auch geehrt. Ich habe irgendeines Gefühl, ich habe irgendwo vergessen abzugeben. Oh, nee, doch nicht. Aber alles richtig gemacht. Das soll die Quers noch abgeben. Ja. Also. Ja. Halt's hier querfeld ein, ey. Wo kommt der Weg jetzt her? Okay. Dieser Szenario, das muss eine große Nummer sein, gell? Ja, der ist ausgeheuert. Ziemlich bekannte Typ. Lese ich immer wieder, du. Ich glaube, er wäre ein ziemlich sympathischer Typ. Das muss eigentlich so ein Gerb noch sein. Da pflanzt überall Bäume oder so. Ja. Der mit einem grünen Daumen. Der stimmt veganer. Oh, Gott. Hipster. Ja, Veganer gleich Hipster. So, was müssen wir tun? Nach unten laufen. Ich habe schon wieder zwei Items, die ich benutzen muss. Ja, ich... Mütende Kodos, besänftig und Samen... Ah, Samenpflanzen. Das müssen wir bestimmt in dem Feensperma, was ich entdeckt hatte. Das kann sein, ja. Clever. Ich pull dir mal die ganzen Basilisken hier weg. Nee, ja. Dann kannst du easy durchreiten. Ja, ich bin in Combat. Du hast bestimmt Heal-Aggro gezogen, gell? Wahrscheinlich, ja. Die einzige logische Erklärung. Das ist nicht mehr da, das Feensperma, wo es mal war. Ja, hier. Betäubt er mich auch noch. Was fällt dem ein? Abgehobener Kack, Basilisk. Kann ich das ja trotzdem probieren? Und ich komme nicht aus dem Fight. Bestimmt deshalb. Geht hier nicht, gell? Nö. Ja, dann müssen wir halt suchen. Aber die wütenden Kodos und das Feensperma, die sind beide hier unten. Das hängt zusammen. Ach, da hinten war das. Guck mal. Da it is. Da it is. Mal gucken, ob das vielleicht auch zählt. Achtung. Nö. Oh. Das war wohl eine falsche Theorie von mir. Das hatte überhaupt nichts hier mit zu tun. Benötigt er einen Erdhügel? Ah, hier. Boots. Hast du ihn bekommen? Nö, natürlich nicht. Oh Gott, im Himmel. Für was macht man denn eine Gruppe und Queste zusammen? Also den Enrage-Kodos habe ich jetzt bekommen von dir. Nice. Da ist ein Enrage-Kodos. Sei Enraged. Da ist ein Erdhügel vor allem. Wir haben Kodos, ey. Die wollen gar nicht ragen. Was machen wir mit dem? Wir tun die doch nur beruhigen, oder? Ja. Ich bin trotzdem leid. Ich weiß, wie die sich fühlen. So, du willst dich überhaupt gar nicht aufregen und Leute triggern dich die ganze Zeit. Dann gehst du an Enrage. Deswegen, I feel your pain, kleines Kodo. Keine Sorge. I feel your pain, kleines Kodo. So, nächste Sorge auf unserem Album. Ja. Ah, wie schön friedlich ist hier alles, wenn die nicht mehr am Ragen sind. Gibt es denn noch Erdhügels? Für keine Erdhügels. Wir brauchen auch noch eine Erdhügel. Kann ich mal bitte mal einen Kodo ausraste? Ausraste. Arscht. Ausraste. Arscht. Vielleicht müssen wir ein bisschen weiter Richtung Osten. Osten. Willst du mal nicht in den Osten, Moni? Vielleicht müssen wir aber. Klar, mal nicht. Irgendwann muss man Sachen tun, die man nicht tun will als Erwachsener. Lol, hier ist übrigens eine Quest. Was? Bring drei gezähmte Kodos, so wie Kobo einen zu Smeet. Ja, scher, 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 scher. Scher, scher, scher. Kodos, gezähmt. Ich kann die nicht scheren, es ist ausgegraut. Jupp, I'm sorry. Noch ein Ding für die Liste, für Mark. Ich hoffe, dass irgendein Fanboon die Liste mitschreibt. Ich glaube es bestimmt nicht. Mann, unsere Fanboons sind so faul. Macht es mal, Fanboons. Auf. Auf jetzt. Wir hören mal alle Videos an. Na, wann haben wir die Liste angefangen? Erst in Desoles. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Nee. So, ich habe mich gerade zum Auto transformiert. Bist du ein Transformer? Yes. Ich brauche jetzt noch ein Hügel und ein Kodo. Yes. Yes, me too. Exactly the same. Ein Raging. Exactly the same. Raging Kodo. Raging Kodo. Ich gehe jetzt mal aus dem Questgebiet raus, in der Hoffnung, dass hier vielleicht trotzdem eins ist. Ich habe das Gefühl, wir haben eine komplette... Oh, ich bin fast in den Ork-Dingens reingelaufen. Ork-Stations-Dingens. Oh. Ja. Ja. Hier gibt es nichts. Ja. Schade. Dann beenden wir auch die Folge. Achso, wie viele haben wir denn? Oh ja, wir müssen echt gleich Schluss machen. Ah, die Quest würde ich jetzt schon gerne noch machen. Oh, ja, ich auch. Aber wir haben alle... Es gibt keine Kodos mehr, die aufgeregt sind. Nee. Nirgendwo. Ich werde gleich zum Kodo, der sich aufregt. Dann kann schon nichts sehen. Ja. Und Hügel gibt es auch keine mehr. Nee. Hat sich ausgehückelt. Gibt gar nichts mehr in dem Saftlade, da. Menschenskinder, ey. Also, liebes Blizzard-Team, der ist ja schön und gut, dass das alles neu gemacht hat. Aber bitte mit Quest überarbeiten. MMO. Oh, spielt mit euren Freunden. Bringt eure Freundin nach Azaroth. Hier hinten noch. Hier sind Hügelz zwei. Ja. So ein gutes Game, Alter. Zwei Hügel, weil wir sind zwei Leute. Die haben an alles gedacht, Blizzard. Aber es sind trotzdem keine Kodos, die am Racken sind. Ey, ich... Ah, da hinten ist noch einer. Boah, kann ich... Kann man den Kodos nicht einfach angreifen, dass der sich aufregt darüber oder so? Du kannst... Mach mal Slash auslachen oder so. Bieter nimmt. Vielleicht kann ich den Tilten, was er akku ist. Ich kann seine Mutter beleidigen. So halten auch Tanks ihre Akku. Bei Boston wissen ja viele nicht. Ja, spotten, ne? Ja, einfach die ganze Zeit die Mutter beleidigen. Ja, ich möchte... Ne, wie hört das mit der Episode auf, wenn ich noch ein verficktes Kode gefunden habe? Ja, ich brauche ja auch noch eins. Wir müssen... Wenn du das zähmst, wart bitte, dass ich in der Nähe bin, ne? Ja. Zähm nicht einfach drauf los. Ich glaube, ich bin ja eh schon wieder viel zu weit. Ne, hier sind halt die ganzen... Dingendsten, die erholten. Die anderen sind da, ne? Für die, die sich gerade am Ausruhen sind, die dann noch am Ausrasten. Es gibt keins mehr, Muni. Die sind... Ne. Die sind ausgestorben. Wir haben sie alle gezähmt. Wir haben sie alle beruhigt. Weißt du was? Ich schau mal in die Quest. Vielleicht können wir die echt wütend machen. Im Süden und im Osten sind wütende Kodos. Eine ständige Bedrohung. Es ist ja Zeit, meine Theorie zu testen. Platziert ist in der Nähe eines wütenden Kodos. Süden und Osten. Ich reihe mal Richtung Osten. Hier ist ein Aged Kodo. Ja, ja. Ich möchte kein Aged Kodo. Ich möchte ein Raging Kodo. Ein New Age Kodo. Also hier im Osten, da... Das ist ja eine ganze Lüge. Hier gibt es ja nur Basilisk. Ich glaube, der meint von sich aus einfach südlich. Ne, ne. Der hat gesagt, im Süden und Osten kommen das immer zu Angriffen. Aber man muss schon sagen, dass diese Aged Kodos wirklich alternd aussehen, ne? Ja. Also hier sind die richtig, richtig faltig aus dem Gesicht. Müssen wir mal L'Oreal Paris Faltcreme benutzen. Äh, L'Oreal. Oh, da ist ein Dying Kodo gewesen. Das hieß wirklich Dying Kodo. Och, das arme Kodo. Das ist ein bisschen sad. Also, ich verreibe jetzt komplett im Osten. Ich sehe schon die Mauer, aber... Auf der Mauer, auf der Mauer. Aber hier sind auch keine Kodos. Kann auch nicht wahr sein. Oh, hier rennt ich trenne so ein H Kodo mit bei den Recovering Kodos. Alter, die machen Kodosception. Kodosception. Kudos to Kodos. Neuerster. Kodos Trofe. Was ist das? Eine Kodos Trofe. Kodos Trofe. Titel ist da. Oh, hier ist eine Endrage Kodo. Oh, da ist ein... Oh, da ist alle gesporned. In mir drin quasi. Oh, ich komme. Ja, du darfst. Zähme ist. Friss, kleines Kodo. Oh, feels amazing, man. We did it. Das ist alles von der Badem-Naube hier. Das wäre ich für ein Level. 36. Alter. Das dauert 100 Jahre, bis wir Level 110 sind, wenn... Ja, weil der so ein Kackgebiet war. Oh, oh. Okay, das 8. Greif ihn an. Nein. Doch. Okay. Payback für den Paladin. Payback. 2 und 1. Denkt ihr, wir haben vergeben. Stun. Falls er sich bewegt, der Afkala. Oh, ein ehrenhafter Sieg, ey. Ich weiß jetzt nicht, was da dran ehrenhaft war, aber okay. Er wächst nur auf unserem Level. Ey, da gab es noch eine Quest. Ich bin ganz ohr. What? Dass er mit Kahn spricht. Hä, kann ich die schon mit abgeben? Ah ja, das steht daneben. Guck mal. Was passiert denn gerade? Was passiert denn gerade? Die haben uns jetzt den Zintauchen vorgestellt. Das ist die nächste Questline dann. Wir machen aber jetzt noch die Kodo-Kacke da unten, ne? Ja, ja. Hast du die jetzt auch, die Quest, gefunden? Yes. Yes. Und noch eine Quest und dann noch eine Quest. Okay, Stufe 37. Damit kann ich die EP beruhigt aufhören. Guys, wenn euch das Video gefallen hat, bitte bewertet es positiv. Schreibt Kommentare und wir sehen uns wieder nächstes Mal. Ich bin der Mooney. Ich hasse Kodos. Und ich bin raus. Ciao, ciao. Tschüss.